Der Rundgang an der IG Aesch wird Ihnen präsentiert von Primeo Energie, Ihr Energieunternehmen mit Sitz in Münchenstein. Stoff im Raum, Innendekorationen und Einrichtungsberatung in Aesch. Mit Tudelsack-Klänge ist die Industrie- und Gewerbeausstellung Aesch eröffnet worden. Nach den offiziellen Ansprachen sind die geladenen Gäste auf den ersten Rundgang gegangen. Kommen Sie mit, auch wir gehen zusammen schauen.